ja herzlich willkommen zurück ich stelle mal kurz an meinem händen was ein und dann wird auch schon weiter gedacht lalala weil wegen einer kleinen unterrichtungspause durch absturz von nie wie ich sie sagen wer grafikkasse und 20 warum soll ich springen weil das eben auch so war da war war weil du springst so kann schon ja läuft so das hast du toll gemacht zwar die sind die die da riten mutter macht wieder hin da was soll das denn jetzt so was ich finde das sieht lustig aus was wenn ich mich schurke ich helfe ein Ui Fuck Wie viel Ne, da war ja heiß Ja, äh, la la la, lau Das war der vierte Test, den ihr verpasst habt Nein, die haben wir doch noch gemacht Stimmt, stimmt Wir haben die fünften gemacht, aber wieso hatten wir da noch keinen Hack? Weil wir den nur angefangen haben Schätze ich mal Den vierten haben wir beendet Ja, bei dem fünften Nicht Beim fünften haben wir keinen Haken, aber beim vierten Ich habe den letzten Test nicht bis zum Ende mitverfolgt Ich wusste, ihr würdet es schaffen Wisst ihr, wo ich war? Ich habe draußen ein springendes Reh beobachtet Euch interessiert das, was draußen passiert gar nicht, oder? Ja Du Hund So Ich höre durch So Lalalala Hättest du nur auf mich warten müssen So Jetzt müsstest du wieder da Ich mach wieder hier Boah, ich hab so Du voll L Du voll L Äh 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 Ja 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 Ich würde sagen, du springst, ich mach das Hier So So Kann springen Ich glaub dir nicht Glaub mir ruhig Nein Doch Doch Was war das denn für ne Agentio? Was war das denn für ne Agentio? Das hab ich gesagt, ich trau dir nicht Das Portal ist offen Das Portal ist offen Oh Oh Ich geh jetzt rein Ich geh jetzt rein Und jetzt los Geh rüber Und jetzt los Geh rüber Ja Mach Mach Du musst rüber Du musst rüber Du musst rüber Wie Ja 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 Wie denn? Ja einfach rüber Ja 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 Stamm sich gegen mich gesprungen Wollte es, dass ich an die Afro schirme? Nein Ich wollte Au Au Warte, ich helfe dir ich helfe das liegt ja wenn man wieder am Schnürchen ich hätte sich vorher am Vortil schießen sollen ist alles gut alles gut so bleibt genau so offen bleiben und jetzt kannst du jetzt kannst du das bringt nichts jetzt bin ich hier nur nicht eingeschlossen ja warte wie macht man das denn so am besten ja warte warte bleibt da drin geh wieder rein oder oben ist ein Kasten ich kann nämlich glaube ich da hattest du eben erstellt ne diesen hier ja und damit du mich ja damit bist du jetzt gerade rüber gekommen bist aber da rein ne ja und dann darüber echt muss da rein und dann mit dem hier rüber nein ich bin hinten wieder rein mit dieser Sprungchance ja weil ich glaube ja ja pass auf ja pass auf ja mach mal auf ja mach mal auf ja ich mach erst was anderes bleib genau da wo du jetzt bist natürlich nein doch da war jetzt das ja ja und jetzt kannst du vielleicht das Ding da oben holen den Karton das hast du gut gemacht ja ich auch wenn du wieder durchs Portal bist ich weiß nicht wie ich es gemacht habe aber ich hab's gut gemacht so jetzt kann ich versuchen ne doch hier rüber reichen ja warte aua so jetzt klatsch ich da oben nochmal lang dieses ruf ja weil ich klatsch auch nochmal gegenrand muss ich glaube ich auch ne ja mach mach jetzt ach du hast den Portal weg gemacht ja musst du machen ja los zack zack da war das so lange boi 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 so wunderbest läuft und jetzt mach ich so und so ganz rein ach ne warte der ist zu hoch ne ich hab ja ja dance schwachsinnige Freunden wint ja dance so seht ihr gerade aus in euch steckt mehr robo dance und wieso sehen wir dann immer so komisch so Perspektive homo dance homo dance homo dance alle tanzen den homo dance homo dance homo dance party gun nicht bottle gun e party gun das lautet nicht robo dance robo dance alle tanzen den robo dance ich bin peabody das bin ich mit er du bist der nukleer jolo caust es denkt daran niemand ist von anfang an perfekt selbst ich hatte einen makel man gab mir zu viel mit die schöne schöne silent jolo caust so aber ich habe so überwunden das meine ich ernst hm hm wo müssen wir denn an das sieht schon mal gut aus da fliege ich dann rein ja ich bin noch Moment hier hm wo alles richtig gemacht oder auch nicht ich lass mich an der seite lang andere seite genau das ist eine kante ich sehe vorsichtig da bin ich hängen geblieben ja hier einer fensterkarte bestimmt genau das heißt ich aber so nein falsch nein jetzt bin ich alle drüben so so und dann und dann nein oh ja kannst du da mal gehen wir hoch jetzt einmal knöpken drücken hinsetzen und oder oben sollte ich nicht das knöpken drücken dafür brauchen wir das das kätzchen das sah wunder cool aus richtig spaß gemacht da da kommt gleich an und und tor und der keeper fängt genau in die hand geflogen noch mal der gleiche ich gehe als erstes danach mach ich dir die portale ob ich jetzt musst du dir die portale machen da war das da genau unter und zurück ich habe irgendwie das gefühl es dein mutter alter ja so 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 und noch mal weil es so schön war weil es so schön war hier wirklich und und sie habe ich das lied von popcorn im kopf warum auch nicht ich mach nix ich nehm die hände von das was da tun ich vertraue dir nicht wirklich 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 nicht mal mehr mensch jetzt will ich gucken was passiert immer immer gucken was passiert wenn du hier rauf gehst ich hoffe du stimmst qualvoll hat sie kein er war er war in der luft so ja nächstes mal kommt noch mal zurück ja so und ich geh wieder rüber und eins boah du elender an sich was du gemacht hast ich hab gar nix gemacht was soll so nein endlos kreislauf ich bin aus dem kreislauf raus keine tödlichen konsequenzen ist das überhaupt noch wissenschaftlich äh so warte dieser kreislauf war allgemein nicht gerade der plan der pläne oder doch ist er du musst du musst im flug den kasten fangen sehr gut ok bist du bereit nein oder soll ich den fangen ich versuch's alle boing 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 so bist du bereit alle eins zwei drei go ich hätte glaube ich ein portal erstellen müssen ne nein ich hast du eins dahin geschossen ich hatte eins dahin geschossen nix hinschießen ich mach alles klar nur 1 1 1 go ich muss demnächst früher alles so wunderbar ungefähr jetzt schon ja ich guck doch schon aus deiner perspektive dann muss ich jetzt machen und jetzt fang ihn fang ihn uuuh ersatz ersatz ja komm nein nein nochmal nochmal ich hatte ihn ich muss noch früher machen ich muss noch früher machen jetzt kriegste ihn jetzt kriegste ihn ja ja man Ja, Mann! Ich weiß, da kann ich doch auch noch offen werden. So, wunderbar. Jetzt drüber schießen. Ja, Gott. Das war ja jetzt mal lustig. Hat der Pulled Action. So. Jetzt rein da. Danke. Was? Mit der stimmt was nicht. Habe ich ja teilen? Achso, ja. Robo-Dance. Alle tanzen den Robo-Dance. Ihr seid rechtlich viel zu langsam. Entwickelt ihr etwa menschliche Gefühle? Braucht ihr etwas Aufmunterung? Vielleicht hilft das? Blue. Du bist das beste Roboter-Modell, dessen Entwicklung Aperture Science je eingestellt hat. Na danke. Ah. Nur weil ich ständig blau bin. Ja. Warte um. Hm, also da werde ich gegenfliegen. Das weiß ich. Und dann muss ich da. So. Äh. Ja. Du musst die andere Seite nehmen. Ja. Ich muss einmal also ein. Da und da. Und dann klatscht du dagegen. Und dann. Ich versuch das schonmal. Prophylaktisch. Ja. Wir müssen einen Countdown, ne? Das muss sie ja gleichzeitig. Ja, warte. 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 2. 2. 3. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 1. 5. 1. 4. du hast mich schon getötet du hast dich getötet du hast mich mit dem laserstrahl gebumst achso ja stimmt ich weiß wie ich weiß wie ich weiß wie ich gestorben bin ach schön nein weg 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 die dinger kommen ja du mal schneller nein ich hab's kaputt gemacht warum do it now jetzt musst du irgendwas schnell machen geh weg da geh weg da hol's dir doch renn kleiner Pisskopf du du Eierkopf über Eierkopf ha 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 hol dann haben wir einen neuen der sieht gut aus so was soll ich machen passiert da irgendwas wenn ich da durchschieße ja 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 das 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 hier rein da raus dagegen hast du sein hast du weg dann nichts machen ich muss gucken warte mal ich muss mir die lage checken ich muss mir ein portal machen ich muss ich weiß wo ja hier und ich muss dann runter springen unterfallen lassen und dann da oben ja da habe ich auch schon und dann kommst du gegen das andere ding oder den klatschstuhl dahinten das ding ist einmal so und momente so ich werde jetzt gleich soweit ready ich muss da jetzt die nur noch jumpen bei klo euro den geplanten den geplanten ohr alter verwege bestellen ja ich bin ausgeschöpft Gegenlang, Punk Rock Song, Rocken 6 und Ashtalang Ui, Ua, Ding, Bang, Wolle, Wolle, Ding, Bang Warum bin ich so freilich, so freilich, so freilich Du bist da, ein Gegenpusch Nochmal, ich geh dann durch Mach, mach hin, mach, mach aus, mach, mach, los Tja, ohne mich kommst du hier leider nicht weiter Ja, wie, äh, komm ich denn jetzt ja wieder raus? Hast du da irgendwo, wo du ein Portal hinsetzen kannst? Komme ich denn umge- nein Äh, äh, hast du die Scheibe einschlagen? Ja, ich bin eine Roboter Ja, eine Roboter Du musst hier rein Mach nochmal auf Mach nochmal auf Willst du dich dazwischen stellen? Nein, ich will was machen Nein, ich will was machen Ich muss experimentieren So Leute, du ballerst ja dagegen, ne? Ja Ja Du schießt da Wo springst du rein? Du springst nur dagegen, ne? Ja Ja, weil, ich hab da so ein Gefühl Da juckt's mich dann ganz übel zwischen den Beinen Das du Nee Oder? Du springst da ja gegen Du springst da ja gegen Ja, ich spring da immer noch gegen Jetzt Schafft man nicht Also einer würde es schaffen Ist klar Da drin kannst du Mach mal auf Da drin kannst du Das ist auch keine Portal-Chance, ne? Ich hab schon so überlegt Fenster kann man nicht kaputt machen, ne? Ich mein, Geschwindigkeit Nein Sicher Kannst du's gern versuchen, aber wird nicht der Fall sein Das wird hier raus Na? Ja Nein Boots 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 ich habe die idee noch mal auf ich bin durch nach dieser vorstellung ist wohl eine auszeit von den offiziellen das ist gemacht den kugler aufgeworfen wach noch mal auf spasti naja du heißt atlas möchtest du mal meiner anlass die welt deswegen ist ja auch rund um denken aktiviert für diesen test müssen wir nur noch die projektpläne finden das ist schön aufregung sie nützen niemandem sie sind völlig langweilig und wertlos dies ist ein experiment um herauszufinden deine mutter ist völlig langweilig und kurzlos älter ich will jetzt einfach dieses ding da erfährt lautet 0 sekunden ja und wir machen hier erst mal ein häuschen bis zur nächsten folge 20 minuten sind um und ja ich möchte nicht mehr machen wir müssen ich glaube ich kann ihn zuerst ich glaube ich kann ihn zuerst zuerst tschüss bis später